Aktuell gibt es laut Dashboard des Gesundheitsministeriums derzeit 2230 aktive Corona-Fälle in Österreich. Rund ein Drittel der täglichen Neuinfektionen werden auf Urlaubsrückkehrer zurückgeführt, großteils aus Kroatien. Wegen des Urlauberclusters hat ein Wirt aus der Steiermark jetzt zu einem ganz speziellen Mittel gegriffen. Die Buschenschank R-Art in Graz stellte vor ihrem Gastgarten ein Schild mit einer deutlichen Botschaft auf. Nicht für Kroatien-Rückkehrer. Aus Sorge um meine Stammgäste habe ich das Stilt aufgestellt, sagt Wirt Franz R-Art. Böse meinte er es aber nicht. Ich habe nichts gegen Kroatien-Rückkehrer. Überhaupt nicht. Ich will aber nicht die Gesundheit meiner Gäste aufs Spiel setzen. Ich unterstütze die Regierung und ich bin ein Gutmensch. Die Regierung hat uns gesagt, dass sie das Virus mit dem Auto einschleppen, so R-Art. Seine Gäste danken es dem Steierer. Sie seien froh, sagt er. Keiner will sich infizieren. Seit Montag 0 Uhr gilt eine Reisewarnung für Kroatien. Rund 3000 österreichische Urlauber waren Ende der vergangenen Woche in Kroatien registriert. Das Außenministerium ging aber davon aus, dass sich ein Vielfaches der offiziell Registrierten im Land aufhielt. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Schätzungen gingen von knapp 40.000 österreichischen Urlaubern aus. Viele von ihnen kehrten am Wochenende wieder zurück. Wir haben keine Runde in der Nähe. Ansonsten war wir es extrem gut. Und nun nehmen uns nicht ganz gut. Wir haben die Runde in der Nähe. Schätzungen auf der Nähe.